Nun gut, dann hören wir uns mal um und schauen, was wir hier erreichen können. So, mit dir können wir reden. Hallo. Ach nee, den können wir anheuern. Nee, das will ich nicht. Das ist Soma, mit der können wir natürlich sprechen. Ist ja auch gut so. Also, was hat der hier zu sagen? Hallo. Ich denke, Rida erfindet jeden Morgen Sachen, nur damit wir was zu tun haben. Nee, danke. Komm jederzeit wieder, Eivor. Gerne. Gut, ähm... Ja, wo muss ich hin? Mhm, hier. Eins, zwei, und wo ist der dritte? Da. Ich muss sagen... Geh ich mal da hin. Was würde uns da erwarten? Die Frau wurde verraten. Das ist definitiv sicher. Die Frage ist bloß, von wem? Und ich hoffe, es ist eine deutliche Entscheidung, wer verraten wollte. Weil so eine kleine Entscheidung, ja, so, dass der könnte sein, mag ich nicht. Also, ich hoffe, es gibt eindeutige Indizien. Ich hoffe, es ist ein wenig zu sehen. Vielleicht ist Soma doch verflucht und vom Pech verfolgt. Soma war den Göttern immer gefällig. Sie jetzt im Stich zu lassen, euren Eid zu brechen, das würde uns Unglück bringen. Hallo. Eivor, eine Ehre, dich bei uns zu haben. Wie lautet euer Plan? Der gesamte Shia unterstützt Somas Herrschaft über die Stadt. Nur diese Dörfer nicht. Sie unterstützen Wiegmunds Heer. Also brennen wir ihre Häuser nieder. Schnell und verheerend. Wie Thors Donnerschläge. Hm, okay. Ähm. Ja, was denkst du denn über den engsten Kreis? Was hältst du von den anderen? Von Leif und Birna? Leif ist ein begabter Seemann. Wenn auch etwas stürmisch. Und Birna, nun... Birna hält das Leben für einen großen Witz. Sie war eine Schmugglerin und lebte vom Lügen, als Soma kam, um sie aus dem Dreck zu ziehen. Birna gehört zu meinem Clan. Und ich kämpfe an ihrer Seite, wie respektlos sie auch sein mag. Aber sie schert sich nicht um ihr Schicksal. Okay, und äh... Wann bist du dem Clan... Oder wieso bist du dem Clan beigetreten? Wie bist du zu Somas' Clan gekommen? Am Anfang stand eine Vision, die ich bei einer Seherin hatte. Sie steckte wie ein Splitter in meinem Verstand. Dann verblasste sie. Doch ich wollte mehr. Über Monate, Jahre, aß ich nichts als Bilsenkraut, Pilze und heilige Pflanzen. In der Hoffnung, etwas Neues zu sehen. Doch mein Körper schwand dahin. Ich war wie benebelt. Ich irrte umher. Die Sachsen verschlangen mich und spielen mich aus. Immer und immer wieder. Bis Soma mich fand. Allein, nackt, in den Fens. Sie gab mir Kleidung und sorgte für mich. In meiner Demütigung. Ich verdanke ihr mein Leben. Okay, erzähl mir mal von der Vision. Visionen können eine eigenartige Kraft entfalten. Was hast du gesehen? Ich erklomm einen Berg, während ein Löwe und eine Schlange auf meinem Rücken lasteten. Ich mühte mich ab. Dann erschien Soma und befreite mich von der Bürde. Als wir den Gipfel erreichten, gab es kaum genug Platz, um zu stehen. Wir wankten, als würden wir auf einer Messerspitze stehen und hielten uns einander fest. Ganz eng. Ich weiß, ich wirke oft unnahbar und verbissen. Doch die Götter sind immer bei uns. Ich sehe es als meine Pflicht, Soma vor ihrem Zorn zu schützen. Okay, los geht's. Ich hätte Lust, ein paar Fackeln zu werfen. Befreien wir diese Dörfer von Wigmunds Ratten. Entzünde die Fackeln und entfange die Pfeilspitzen, Eivor. Der rote Zweigfresser wird sich dieses Ort noch nehmen. Schön, dann geht's aufwärts oder aufwärts. Ich sollte mein Gesicht verdecken. Jedes Haus muss brennen. Ich weiß nicht, dass sie helfen, Soma Granthabrück zu stehlen. Dass sie Wigmunds Stiefel geleckt haben. Jetzt ist es aus. Wir werden angegriffen. Die Heiden kommen. Du bist zerschmettert. Bring die Sau zu fach. Ich lösche dich aus. Löschen, was löschen? Was machst du da oben? Wir lassen uns nicht beirren. Ah, das brennt schon. Nice. Moment. Lass mich das mal kurz ablegen. Ah, der Geruch brennender Reetdächer und glimmender Torbfeuer. Es reicht. Stirb! Du, wo brennst du noch nicht? Oh, ja, nice. Schön, gut, Advent, Advent, die Bude brennt, äh, wir werden jetzt mal zum nächsten gehen. Und das wäre hier unten, entweder das ist Burner oder Leaf, ihn glaube ich, er glaube ich nicht, er kann es nicht sein. Also, das, äh, das ist glaube ich nicht, also, der hat, der hat eigentlich keinen Grund, sowas zu machen. Hm, komisch, komisch. Äh, das war nicht mal. Oh. Ja, das war nicht mal. Denen gehe ich mir lieber aus dem Weg, weil ich will jetzt da nicht eine große, eine große Schlacht machen. Aber das Dorf da oben wird gleich brennen. Das sehe ich kommen. Die Haare wachsen und die Nägel auch, selbst wenn die Leiche schon kalt ist. Ich hab es selbst gesehen. Das ist Unsinn. Also glaubst du, dass in einem Toten immer noch ein bisschen Leben steckt? Nein, das sind die Leichendämpfe. Nach dem Tod nimmt der Geruch stetig zu und muss irgendwie entweichen. Ja. Genau. Hallo. Eivor, mein liebstes Muskelpaket. Hier in der Nähe ist ein Nest von Wigmunds Männern. Wir werden es ausleeren. Bis zum letzten Mann? Je weniger Läuse im Busch, desto seltener juckt die Musch. So sehe ich das. Was? Ähm, was denkst du über Somas engsten Kreis? Was hältst du von Somas anderen Kriegern, Garlin und Leif? Ach, Leif ist wie ein unwendiges Tier. Immer wenn ich ihn sehe, will ich, dass er mich besteigt wie einen Baum und sich unter meinem Arm einnistet. Er redet viel von Ehre. Doch ich kenne keinen Ehrenmann, der einen Brand legt, nur um sich dafür rühmen zu lassen, ihn wieder zu löschen. Und Garlin hat das Grübeln zu einer Kunstform erhoben. Seine Selbstgefälligkeit ist einfach liebreizend. Okay. Wie bist du zu Somas hergestoßen? Ich war schon ewig in Englerland. Lange vor Gudrum, Iva und Uba. Ich habe unter den Nasen von Sachsen und Dan Schmuggel getrieben. Ich habe gelogen, betrogen und wurde verprügelt. Mein Leben war nicht leicht. Doch ich habe gelernt, Leid zu ertragen und es wegzulachen. Als Soma mich aufnahm, sah sie mehr als nur die Schmugglerin in mir. Ich konnte mich für mehr als nur mich selbst nützlich machen. Für ihre Vision. In einer Welt, in der niemand Vertrauen in dich hatte, schenkte sie dir ihres. Genau. Und das liebe ich an ihr. Eigentlich liebe ich alles an ihr. Und ist die, beruht die auf Gegenseitigkeit? Du scheinst diesen Clan fröhlicher und lebendiger zu machen. Weißt Soma das zu schätzen? Wenn ich wüsste, was in den Köpfen anderer Leute vor sich geht, wäre das Leben schrecklich langweilig. Aber Soma scheint mich zu mögen. Auf welche Art? Auf ihre Art. Nur leider nicht so, wie ich es wünschte. Schmerzhafte Wahrheiten ertragen sich leichter mit einem Lächeln auf den Lippen. Ein frohes Gesicht in schweren Zeiten ist wahrer Widerstand. Okay, gut. Gehen wir an die Arbeit. Wir könnten den ganzen Tag reden, aber vielleicht verlassen diese Sachsen ihr Nest. Wir beide sollten uns das mal ansehen. Meine Männer bleiben zurück und stoßen zu uns, wenn etwas schief geht. Aufregend an deiner Seite zu kämpfen und dich aus der Nähe zu beobachten. Aber nicht zu nah, sonst bekommst du noch blaue Augen und Beulen an. Du würdest deine Ellenbogen verlieren, ehemann die Beulen sehen kann. Scheiße. Ja, schau du dich nur um. Schalte die Wachen aus. Schalte die Wachen aus. Du bist lauter als Ragnaröcks Ende und diese Sachsen sehen dich immer noch nicht. Nicht alle haben solche Luchsohren wie du. Umso schlimmer. Das hat dem nichts genützt. Also hier drin war ich schon mal. Oh weia. Ich weiß nicht. ach wo du bist Wurmfutter ich schleiche jetzt nicht weiter hier durch so mein freund so wo geht es nach oben was machst du da der schnee trägt geräusche fort das habe ich früh geübt ich habe es geübt indem ich mich so eine schwere schwerthand aber fußtritte so leicht wie lammwolle meine schwerthand ist nicht schwer sondern treffsicher das sind blitze auch und doch sind sie nicht unauffällig so So, komm, komm runter. Da ist die Wachen jetzt. Ich auch nicht. Da sind noch mehr? Wo sind denn die? Ach, die laufen alle unten rum. Okay. Die Bude steht in Flammen, aber die sind hier unten. Das waren alle. Äh, Birna, bleib mal hier, bitte. Hallo? Du hast sehr gut gekämpft, Birna. Ist das deine Art, mir den Hof zu machen? Äh, nein. Ganz ruhig, Dränger. Wir sehen uns in Granterbrück. Gut, dann gehen wir zum nächsten. Gibt es einen Weg nach unten, oder? Ach so, nicht verfügbar. Okay. Da oben wird es auch, glaube ich, gleich losgehen mit dem Feuer und allem. Also, Birna hat als Motiv, dass sie, ähm, ja, wie soll ich sagen, ihre Liebe zu Suma nicht erwidert wird. Aber sonst sehe ich jetzt nicht unbedingt mit dem Motiv. Aber sonst sehe ich jetzt nicht unbedingt mit dem Motiv. Okay, ähm, wie ist es so, der oberste Schiffsbohr zu sein? Was muss man mitbringen? Was muss man mitbringen, um Schiffbaumeister zu werden? Okay, ähm, ja, wie bist du, wie kam es dazu, dass du dem Clan beigetreten bist? Aber Birnas Stiefel stecken im Schlamm und die von Garlin schweben im Himmel. Wenn es um Leben oder Tod ginge, wäre keiner von beiden aus dem richtigen Holz geschnitzt, um uns durch den Sturm zu führen. Ah, also er hat jetzt, finde ich, das größere Motiv, weil die Birna, die würde ja aus Liebe töten. Und das hier ist schon eher, er findet, dass er der rechtmäßige Herrscher wäre. Ja, fragen wir mal das Nächste. Du warst dabei, als Gudrun Soma zum Stadthalter von Granterbrück ernannte. Wie fühlte sich das an? Gut, ich habe ihr Glück gewünscht. Unter Somas Herrschaft begann, das Silber zu fließen und die Leute begannen zu tanzen. Mit Handel kennt sie sich aus. Trotzdem wünschte ich, ich hätte den Mumm gehabt, fortzutreten und die Bürde und Ehre der Verantwortung für eine Stadt auf mich zu nehmen. Aber das ist nebensächlich. Soma ist meine Jarlskone und ich bin ihr eingeschworener Krieger. Kein Gott könnte daran etwas ändern. Hm. Eine gute Unterhaltung, Lief. Kümmern wir uns jetzt um Wigmunds Mann. Richtig, richtig. Wigmunds Bursche verdient eine Belohnung. Meine Krieger werden die Sachsen am Tor ablenken. Wir beide werden den Priester suchen. Schwierige, schwierige, schwierige Entscheidung. Wenn ich gesehen werde, gibt es Ärger. Gott, hilf uns! Der Worte aus dem Norden! Hüft euch! Ihr müsst nach deinen letzten Atem! Das gefällt mir schon viel besser! Nicht immer dieses Herumgeschleiche! Gemeinsam schlafen! Aus dem Ruf! Ja! Die sind auf dem Rollstuhl! Sie müssen uns jetzt auf der Welt! Du solltest dich fielen. Ja! Was... ... ... ... ... ... ... ... ... Gut raus, die Schrauben vorhin. So. Das geht ganz schnell. So, finde den Priester und töte ihn. Ja. Gleich stark gesagt, ausgetan. Dafür müssen wir... Müssen wir. Wo ist er? Also entweder ist er hier oder weiter oben. Ich würde mal sagen, da drin könnte er sein. Denn Kirche. Ist so ein bisschen jetzt am plausibelsten. Ah ja. Auf etwas mehr kommt es jetzt auch nicht an. Du bleibst schön hier unten. Wo ich sie tucke? Aber wo ist der? Ach da, okay. Der ist reingeglitten. Nun schön, holen wir uns den Priester. Hallo. Priesterchen. Die Lügen dieses Priesters werden den Schier nicht mehr vergiften. Wir sollten gehen. Geht klar, machen wir. Die Lügen. Nein. 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 So, Priester tot, alle raus. Liv, wo bist du? Ey, ich muss rauskommen. Und der bleibt drinnen? Nee. Also, ich warte jetzt auf den hier. Das kann es doch nicht sein. So, Liv. Hallo, Liv. Du gehst schon ins Lager zurück, oder? Oh, ja. Schön. Also. Fertigkeit haben wir wieder zwei Punkte. Feueraktivität, naja. Ist jetzt nicht so mein Fall. Hammer haben wir auch nicht. Kritische Treffer, ja, muss ich wohl machen. Nun gut. Ich muss sagen, machen wir erst in dieser Folge noch die letzte Quest hier. Unter die in Granthabrik. Wo wir... Wo wir natürlich jetzt, ähm, ja. Der Summa-Bericht bestatten müssen. Und ich hoffe bloß, dass wir da nicht die falsche Entscheidung treffen können. Und das wäre scheiße, wenn wir jetzt da noch eine falsche Entscheidung treffen könnten. Weil damit würden wir echt mega, mega mies dastehen. Nun gut. Darauf, dass wir die richtige Entscheidung treffen werden. Obwohl ich echt meine Zweifel habe, dass wir da ja schon genug Informationen haben. Hallo. Ist dir in der Nacht des Überfalls etwas Seltsames aufgefallen? Wenn ich darüber nachdenke, eines der Langschiffe lag woanders als sonst. Weiter im Norden, am Flussufer. Wo genau war das? Nordöstlich von hier am Ufer entlang. Ist aber ein paar Tage her. Vielleicht ist es nicht mehr da. Ich sage dir, Fim. Nordöstlich hat er gesagt, oder? Würde nicht aus dem Schlamm kriechen. Würde Wigmund nicht leiden. Rede! Etwas ist passiert. Nordöstlich. Ich gehe jetzt einfach mal dahin. und schaue mich um, ob da irgendetwas ist. Und schaue mich um, ob da irgendetwas ist. Das ist ein Weg hier um die Stadt herum ab. Das Wasser ist wo ungefähr? Hier. Was soll ein Langschiff gelegen haben, was normalerweise nie da liegt. Oder anders liegt. Ist der hier? Ich gehe jetzt hier. Oh, was ist das? Hier haben wir was. Inschrift auf dem Langschiff. Die Jarlskona hält alles fest in der Hand. Sie liebt ihre Stadt hier im neblingen Land. Ich weiß nicht, ob wir noch nachsehen müssen. Oder eher in die andere Richtung. Ich guck mal kurz nach. Also das ist für mich jetzt hier ja etwas komischer. Oh, die Schiffe haben wir ja kontrolliert. Ja! Was ist das hier? Jemand hat diese gelbe Farbe bis zum Flussufer geschleppt. Hier wurde hastig ein Langschiff bemalt. Dann segelten sie los. Mit Verbündeten als Besatzung. Die Frage ist, wohin sind sie gesegelt? Ganz komisch. Also wir haben schon eine Spur. Die Frage ist, wohin? Hier! Ja, irgendwie finde ich hier gar nichts. Aber hier oben kann ja auch nichts mehr sein, oder? Wo war das mit dem Punkt? Das ist hier. Ich gehe mal kurz dahin und gucke noch. Und danach gehen wir wieder in die Stadt zurück. Mit schneller Reise. Nein. Ja! Ja! Hier! Hier gibt es auch nichts, ne? Ne. Okay, gut. Wir haben da mal genug gesucht. Ich gehe mal über den Markt. Vielleicht finde ich da noch jemand anders, der mir was sagen kann. Weil normal ist es ja nicht. Ich gehe mal natürlich daran. Ich gehe mal einfach. Wir haben alles noch geol 최고. Sieuda werden viel weniger problemen als Bader conducting. Sie haben viele Vamos ab und das geht an. Sie gehen über und in die Nacht zum L Hate. Was hat eine Chance? Nein, danke. Wir können nicht mehr reden, das ist das Kind für die Quest und das ist er zu sagen. Äh, gehen. Hallo. Du da, hast du vor dem Überfall etwas Eigenartiges in der Umgebung von Granterbrück gesehen? Nein, ich war im Langhaus und trank die ganze Nacht mit Birna und ihren Männern. Die kann echt was vertragen. Okay, Birna kann es nicht gewesen sein. Diese Taschen gehören Birna, gepackt für eine lange Reise. Notiz zu Birnas Taschen. Ich bin nicht edelmütig. Ehre ist nur ein Wort für mich, aber zum ersten Mal frage ich mich, was die bessere Entscheidung wäre. An deinem Ellbogen bleiben und lächeln, mit einem Dorn in meiner Brust oder von dir vorzugehen und mit deinem Stachel aus dem Fleisch ziehen. Ich werde bleiben, aber nur so lange, wie du mich brauchst. Hallo, was kannst du denn sagen? Hast du in der Nacht des Überfalls etwas gesehen? Nur Lief, wie er tapfer kämpfte. Wusstest du, dass Lief ein Gedicht in jedes seiner Langschiffe ritzt? Er ist Handwerker und Wortschmied. Wo sind diese Langschiffe jetzt? Leider verloren im Nebel der Fans. Könnte ich sie wiederholen, ich würde es tun. Er wäre so dankbar, wenn er seine Kunstwerke zurück bekäme. Sicher. Ich wünsche dir viel Glück. Ich wünsche dir viel Glück. Ist vor dem Überfall auf Granterbrück irgendetwas Eigenartiges geschehen? Ich sah, wie zwei Sachsen an der Stadt vorbeiritten, während ich Wache schob. Einer in Richtung Kloster in Meldeburne, der andere zum Lager in Utbetsch. Ich hielt sie verboten. Ich habe mir nichts dabei gedacht, weil sie nicht zu uns wollten. Meldeburne ist hier. Utbetsch ist vor. Utbetsch ist vor. Hä? Ach da ist Utbetsch. Okay. Okay. Ich gehe mal hier nach Meldeburne. Dann schauen wir uns da mal um. Da finden wir bestimmt noch Informationen. Und wenn ich da jetzt nichts finde, gehe ich mal zurück in die Stadt. Weil das wird echt eine Überlänge hier. Ich gehe mal hier. Ja! Ja, hier ist gar nichts. Äh... Nein. Ich denke, das bringt nichts, ähm... Ich geh jetzt mal zurück in die Stadt. Ich lauf noch mal umher, ob ich da noch irgendein Ziel finde. Aber gut, dann muss es ja... Ja... Leaf kann es nicht gewesen sein, Birna auch nicht. Wenn ich jetzt mal den Informationen glaube, die wir da bekommen haben. Überblicke das Land, Freundin. Hm... Ich lauf jetzt mal hier drumherum alles ab. Hier. Gibt es nur irgendwas? Deutung von Garlins Vision. Eine sich selbst verzehrende Schlange auf dem Schild. Löwe auf seinem Banner der Berg. Es könnte sich nicht zwei auf seiner Spitze halten. Einer muss fallen. Hallo, du. Hallo. Hast du in der Nacht des Überfalls irgendetwas Verdächtiges gesehen? Ich sah, wie jemand vom Rande Grantabrücks zum Ufer rannte. Gerade bevor die Kämpfe begannen. Es war zu dunkel, um jemanden zu erkennen. Das müsste dann hierhin gewesen sein, oder? Ja... Weiß hier noch jemand was? Der weiß nichts, ne? Ich muss gehen. Bleib gesund. Liefs Inventar. Vier Rollen Segeltuch, sechs Fässer rote Farbe, sieben Fässer blaue Farbe. Vier Fässer gelbe Farbe, wenn ich den ostfränkischen Händler runterhandeln kann, sonst zwei Fässer. Suma hat die Mittel umverteilt, schon wieder. Warum kann ich mir nicht vorstellen? Werde hart verhandeln müssen, um mehr zu erhalten. Okay, hier ist nichts. Das ist nichts. Das war's. Da drin ist noch irgendwas. Ach ja, den Schacht selbst. Zumas Tagebuch. Für einen Moment dachte ich, wir wären nie fort gewesen. Der Geruch des Langhauses, des Kanisters, des Feuers, alles stimmte. Doch dann stimmte es nicht mehr. Mein Lächeln verschwand und ich musste wieder an Blut denken. Ein Verräter ist unter uns. Jemand half, Wiegmund aus der Stadt zu fliehen. Jemand, der diesen Krieg ausdehnen will, statt ihn zu beenden. Ich werde kein Entrinnen geben. Wer Wiegmund im Leben gefolgt ist, soll ihm auch in den Tod folgen. Klug von Soma, diesen Tunnel zu bauen. Ein gemaltes Kulz. Flussufer geht hier in die Richtung, ja. Spähe für mich in die Ferne, Söhnen. Okay, geht hier noch irgendwo was hin? Wir müssen hier noch eine Spur hinterlassen haben. Das kann doch nicht sein. Hilf mir, sei meine Augen. Okay, gut, komm. Ich werde es jetzt mal machen. Ich werde die Quest abgeben. Ich werde mal zur Soma gehen und schauen, was wir erfahren haben. Ja, vielleicht ist es doch nicht so schlimm, wie ich mir das gerade vorstelle. Ich werde es jetzt nicht so schlimm, wie ich mir das gerade vorstelle. Oh, da ist noch was. Ja, hallo. Du, Däne, komm näher. Was willst du von mir? Du siehst kampferprobt aus. Aber wirst du dich auch der größten Herausforderung deines Lebens stellen? Wovon redest du denn? Ich rede von einer fürchterlichen, monströsen Macht, deren Namen man im ganzen Lande fürchtet. Fergal der Gesichtslose. Der gefürchtetste Spottstreiter von ganz Granthabrückcheer. Oh, ein Spottstreiter. Mehr nicht. Fergal der Gesichtslose hat schon andere Zweifler vor dir bezwungen. Wirst du dich ihm stellen? Was für ein Nonsens. Ha, verständlich, dass du dich fürchtest. Komm nur wieder, wenn du dich dem Wortgefecht des Todes stellen willst. Habe ich das hier, äh, ja, da ist, okay, das ist was dabei, gut. Schön. Dann machen wir jetzt das, was wir hier machen sollten. Äh, ja. Armer kleiner Junge, weißt du nicht, wo dein Papa ist, hm? Gottlose Heiden. Granthabrück liegt im Land von Lord Wiegmund von Waladene. Die Stadt gehört rechtmäßig ihm. Armer Soldat. Er weiß gar nicht, was Heiden solchen gottgläubigen Männern wie ihm antun. Anscheinend kennt er die Geschichten nicht. Wir können ihn ja belehren. Sieh dir diese riesigen Hände an. Die geben ein hübsches Paar Handschuhe ab. Und sein Herz erst. Das Herz eines so großen Burschen kann eine sechsköpfige Familie eine Woche lang ernähren. Schneiden wir ihm die Kehle auf und bewässern den Garten mit seinem Blut. Herr im Himmel, nein! Er ist auf der Insel Ilge. All der Mann Wiegmund ist da im Kloster. Ich schwöre es. Hm, ich hätte gedacht, dass es die ganze Nacht dauert. Fesseln wir ihn und lassen ihn verrotten. Ihr verdammten Dänen! Der Herr wird euch aus diesen Landen vertreiben! Euch alle! Möge Gott euren Seelen! Hm. Diese diebische Ratte hätte uns verfluchen können. Das wollte ich nicht riskieren. Ich hab... Christen verfluchen nicht. Das ist eine ganz andere Vermutung. Wiegmund ist auf der Insel Ilge. Ich erstatte Soma-Bericht. Ich hab so meine Vorahnung, dass er der Verretter ist. Eivor, was hatte Wiegmunds kleiner Bursche zu erzählen? Wiegmund hält sich im Kloster auf der Insel Ilge auf. Versteckt sich bei den Kirchenmäusen. Dann müssen wir einen Angriff planen. Doch ich greife nicht an, solange der Verräter, der im Hörig ist, noch unter meinem Dach weilt. Was hast du erfahren? Okay, hier. Fangen wir mit Birna an. Birna hat im Langhaus getrunken, als der Angriff begann. Andere können das bestätigen. Wer einen Angriff erwartet, würde das wohl kaum tun. Birna ist in dich verliebt. Nicht erwiderte Liebe ist ein mächtiges Gefühl. Birna war schon immer unberechenbar. Doch sie ist zu einer Kriegerin geworden, die sich nicht von Gefühlen in die Irre führen lässt. Birna war einst Schmugglerin. Das ist kein sonderlich ehrenvolles Leben. Selbst die Geringsten unter uns haben Ehre. Das wissen wir Dänen wohl am besten. Ja, definitiv. Und Birna hat Sachen gepackt. Birna hat in der Nacht des Angriffs für eine lange Reise gepackt. Glaubst du, sie wollte uns verlassen? Auf jeden Fall hat sie sich auf die Abreise vorbereitet. Aber ich denke, sie war es nicht. Okay, Leif. Leif wünscht sich, er wäre auch Anführer geworden. Und jetzt an deiner Stelle. Leif genießt einen hohen Stellenwert in meinem Clan. Als Schiffsbauer kann ihm niemand das Wasser reichen. Und das weiß er auch. Leif missbilligt die Art, wie du Granterbrück führst. Unter mir blüht diese Stadt auf. Zum Beispiel als geschäftiger Hafen für seine Langschiffe. Leif sagte, seine gelbe Farbe sei gestohlen worden. Gelbe Farbe ist schwer zu bekommen. Er war außer sich, als das passierte. Ich fand ein leeres Fass gelber Farbe neben meiner Langbootrampe. In der Nacht des Überfalls wurde ein Schiff mit gelber Farbe markiert. Ein eigenartiger Zeitpunkt für einen frischen Anstrich. Aber es ist seine Arbeit, nicht wahr? Definitiv. Aber ich glaube auch nicht, dass er es war. So. Hier Galen. Galen nimmt seine Vision wichtiger als alles andere. Es grenzt an Besessenheit. Visionen sind wie Wolken. Jeder Mensch sieht etwas anderes in ihnen. Und Galen misst ihnen hohe Bedeutung bei. Galen sagte, er sei halbtot gewesen, als du ihn gefunden und sein Leben gerettet hast. Ja. Die Menschen hielten ihn für verflucht. Er trieb im tiefen Wasser. Aber hat es nicht jeder verdient, ans Ufer gezogen zu werden? Doch, definitiv. Eine Einheimische sagte, sie hätte jemanden vom äußeren Teil der Stadt Richtung Flussrennen sehen. Kurz vor dem Überfall. Hat sie erkannt, wer es war? Nein, im Nebel konnte sie nichts erkennen. Doch wer auch immer es war, wusste, dass etwas Schlimmes bevorstand. Bei deinem Geheimtunnel gab es viele Fußabdrücke. Und der Eingang war mit gelber Farbe markiert. Wer immer dich verraten hat, hat also den Eingang zum Tunnelgelb angemalt und dann den Sachsen den Weg freigemacht. Ich glaube, wir haben genügend Beweise. Du warst sehr gründlich. Wer ist der Verräter? Ich würde sagen, Galen. Galen hat dich verraten. Bist du dir sicher? Ich muss noch darüber nachdenken. Natürlich. Suche den ganzen Schier nach Hinweisen ab und sprich mit wem du willst. So, ich mache hier mal an dieser Stelle Schluss hier. Das ist mir dann doch etwas noch zu lange. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Oder in der nächsten Folge. Und dann geht es hier mit der Suche nach dem Verräter weiter. So, bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.